Hugo Portisch ist ein österreichischer Journalist. Durch seine Art komplizierte politische und wirtschaftliche Zusammenhänge auch für den Laien verständlich zu erklären, wurde er zu einem der bedeutendsten Journalisten in Österreich nach dem Zweiten Weltkrieg leben. Hugo Portisch verbrachte seine Schulzeit als Sohn der seit 1920 verheirateten Österreicher Emil und Hedy Portisch in Pressburg. Das kulturell in den letzten Jahrzehnten Österreich-Ungarns wie eine kleinere, ebenfalls an der Donau gelegene Schwesterstadt Wiens wirkte. Von dem es nur 60 Kilometer entfernt ist, in der Stadt wurde damals Deutsch, Ungarisch und Slowakisch gesprochen, sein Vater Emil aus St. Pölten, Niederösterreich, wurde 1920 Redakteur und 1924 Chefredakteur der erstmals 1764 erschienenen Pressburger Zeitung eines liberalen, demokratisch orientierten Blattes. Es wurde bei der Zerschlagung der Tschechoslowakei, die am 15. März 1939 erfolgte, unter dem slowakischen Regime von Joseph Tissot, da es den Nationalsozialismus nicht befürwortete, mit der sofortigen Enteignung der jüdischen Besitzer eingestellt. Während des Krieges konnte der Vater, obwohl die deutsche Volksgruppenführung dagegen war, in der neu gegründeten slowakischen Nachrichtenagentur tätig sein, die die internationalen Nachrichtenverbindungen pflegte. Hugo Portisch Eltern verließen letztlich Pressburg Anfang 1945 und kehrten nach Saint-Pölten zurück, während der Sohn in Pressburg noch immer das deutsche, seit Sommer 1939 ohne jüdische Schüler geführte Gymnasium besuchte. Um nicht zur Wehrerziehung bzw. zur Waffen-SS einberufen zu werden, engagierte sich Hugo Portisch 1944 bei der Freiwilligen Feuerwehr, die angesichts der ständigen Bombenabwürfe im letzten Kriegsjahr und der daraus entstandenen Brände Freiwillige sehr gut brauchen konnte. Hugo Portisch erhielt sein Reifezeugnis nach eigenen Angaben nach einem noch nicht beendeten Abiturlehrgang ohne formale Prüfung am 4. April 1945. Nur wenige Stunden bevor die Rote Armee in die Stadt einmarschierte, Portisch fuhr daraufhin, da sein Marschbefehl diese Fahrtrichtung nicht ausschloss, nach Saint-Pölten, wo ein Onkel den bis zu ihrem Tod von seinen Großeltern bewohnten Bauernhof im Stadtteil Oberwagram führte und wo auch seine Eltern aufgenommen worden waren. Der Marschbefehl bewog ihn, noch nach Prag zu fahren. Dann machte der Kriegsverlauf kurz vor der Kapitulation des Dritten Reichs die Weiterfahrt Obsule. Die Absicht, nach Pressburg zurückzukehren. Er wies sich für Hugo Portisch und seine Eltern als nicht realisierbar, obwohl Vater Portisch Demokrat gewesen war. Hatten die neuen Machthaber keine Verwendung mehr für ihn und andere Deutsche. Hugo studierte dann an der Universität Wien Geschichte, Germanistik, Anglistik und Publizistik und schloss 1951 dK-Sekunden-Studium mit der Dissertation Das Zeitungswesen und die öffentliche Meinung in den Vereinigten Staaten von Nordamerika vor und während des Bürgerkrieges 1861 bis 1865 als Dr. Phil ab. In seinen Memoieren erwähnte er 2015 Marianne Luntzer und Kurt Pauppi, die am Institut unterrichteten. Verheiratet ist er mit Gertraudel-Puttisch, Autorin von Kinderbüchern, die sie unter ihrem Geburtsnamen Traudi Reich veröffentlicht. Das Ehepaar lebt in Wien und der Toskana. Der gemeinsame Sohn Edgar lebte und arbeitete auf Madagaskar, wo er 2012 an den Folgen einer Tropenkrankheit starb. Hugo Portisch, älterer Bruder, arbeitete ebenfalls als Journalist. Journalistischer Werdegang Er begann 1947 als Redaktionseleve der Wiener Redaktion des St. Pöltener Pressvereins. 1948 war er als Redaktionsaspirant bei der Wiener Tageszeitung tätig, deren außenpolitisches Ressort er 1950 übertragen bekam. 1950 war er einer von zehn ausgewählten österreichischen Journalisten, die auf Kosten der USA einen sechsmonatigen Journalistenkurs in den Vereinigten Staaten absolvieren durften und arbeitete dabei als Praktikant unter anderem bei der New York Times und der Washington Post bis heute renommierten Blättern. 1953 wurde Portisch stellvertretender Leiter des beim Generalkonsulat angesiedelten österreichischen Informationsdienstes in New York. Er hatte Bundeskanzler Julius Raab bei seinem USA-Besuch zu begleiten, der ersten Überseereise-Rabs, der nicht englisch sprach. 1954 lud ihn Hans Dichand ein, am neuen Kurier mitzuarbeiten, der in der Nachfolge des US-Besatzungsblattes Wiener Kurier erscheinen sollte. 1958 machte ihn Eigentümer Ludwig Polsterer zum Chefredakteur als Nachfolger Dichands. Während seiner Zeit beim Kurier war er auch beim bayerischen Fernsehen tätig. Nach dem Rundfunk-Volksbegehren 1964, dass er beim Kurier mit Rückendeckung Polsterers gemeinsam mit anderen Zeitungsherausgebern initiierte, holte ihn der neue ORF-Generalintendant Gerd Bacher 1967 zum österreichischen Rundfunk, wo Portisch als Chefkommentator fungierte. Neben diesen Tätigkeiten verfasste er Bücher über seine weltweiten Reisen wie So sei ich China, So sei ich Sibirien und andere, die zum Teil Bestseller wurden. Lange Jahre war er später Auslandskorrespondent des ORF in London. Im Jahre 1991 schlug man ihn als Nachfolger des scheidenden Bundespräsidenten Kurt Waldheim vor, der aufgrund der Unklarheiten bzw. Missverständnisse über seine Tätigkeit im Zweiten Weltkrieg zur Erleichterung der meisten Beobachter nicht noch einmal kandidieren wollte. Nach dem angeschlagenen Image im Ausland wollte man einen bekannten und kompetenten Mann in dieses Amt wählen. Die konkurrierenden Parteien SPÖ und ÖVP wären sogar bereit gewesen, Hugo Portisch gemeinsam bei der Kandidatur zu unterstützen. Hugo Portisch zeigte sich ob des Vertrauensbeweises geehrt, lehnte jedoch mit Verweis auf die protokollarischen Einhängungen. Die mit dem Amt verbunden sind, dankend ab nur einmal trat Portisch als Filmschauspieler auf. 1980 im österreichischen Fernsehfilm Maria Theresia in der Besetzungsliste schien er als erster Berichterstatter auf zweiter und dritter. Berichterstatter waren ebenfalls bekannte Persönlichkeiten. Walter Kuschatzky, Direktor der Grafischen Sammlung Albertine und Chemotherapie-Spezialist Karl Hermann Spitzi. Bekannte Dokumentationen Bekannt wurde Hugo Portisch durch seine Bücher und die daraus resultierenden Fernsehsendungen. Weltpolitisches wie Friede durch Angst und die deutsche Konfrontation wurden große Erfolge. Überaus erfolgreich wurden die Bücher und Fernsehserien Österreichi und Österreich 2, in denen er die Geschichte der Ersten und Zweiten Republik allgemein verständlich sehr anschaulich dargestellt hat. 2014-2015 wurden einige dieser Sendungen neu herausgebracht und von Portisch aktuell kommentiert. Anlässlich des Jubiläumsjahres 2005 produzierte er die Dokumentarserie Die Zweite Republik, eine unglaubliche Geschichte für den ORF. In der Dokumente gezeigt und erklärt werden, die bei seinen vorherigen Dokumentationen noch unter Verschluss anderer Staaten, vor allem Russlands, waren. Weiters ist Hugo Portisch auch ein anerkannter Spezialist für Pilze. Mit seiner Frau hat er ein Buch übers Pilzesuchen veröffentlicht und präsentierte den ORF-Film aus der Dokumentationsreihe Universum das Geheimnisvolle Leben der Pilze Kritik Vor allem mit seinen Dokumentationen Österreichi und Österreich 2 hat Hugo Portisch das kollektive Geschichtsbewusstsein Österreichs geprägt. Von Zeitgeschichtlern werden jedoch unter anderem seine Darstellungen der Entnazifizierung und der Ausschaltung des Parlaments kritisiert. Portisch erwiderte die Kritik mit der Feststellung, er sei Journalist und kein Historiker. Sonstiges Durch seine guten Kontakte erfuhr Portisch am 14. April 1955 als stellvertretender Chefredakteur des Kurias als Erster in Österreich davon, dass die Verhandlungen über den österreichischen Staatsvertrag in Moskau erfolgreich abgeschlossen werden konnten, und entschloss sich mit Chefredakteur Hans Dichern dazu, am gleichen Abend die Extra-Ausgabe Österreich wird frei herauszubringen. Da die Mittagszeitung damals nicht über Kolportöre verfügte, die am Abend bereitgestanden wären, verkauften die Journalisten die Zeitung in Wien selbst, Dichern und Portisch auf der Kärntner Straße. Sie mussten die Sondernummer aber teilweise verschenken. Da ein Teil der Passanten nach jahrelangen ergebnislosen Staatsvertragsverhandlungen nur an eine Zeitungsinte glaubte, nach drei regulären Romy-Auszeichnungen als beliebtester Kommentator wurde ihm 2002 auch die Platin-Romy für sein Lebenswerk verliehen, 1996 Ehrenpreis des österreichischen Buchhandels für Toleranz in Denken und Handeln 2011 Concordia Ehrenpreis 2005 und 2014 Journalist des Jahres Preis für das Lebenswerk 2012 Julius Raab-Medaille 2015 Viktor Frankl-Preis 2016 Ehrenbürger von St. Pölten Publikationen Augenzeuge der Weltpolitik Augenzeuge in Roschina im Südwestwell oder Sosaichina Verlag Kremmeier und M. Scheriau Friede durch Angst El Arsenal Atomic American Die deutsche Konfrontation 25 Jahre Staatsvertrag Cap der letzten Hoffnung Pilze suchen ein Vergnügen Österreich 2 Österreich 2 Der lange Weg zur Freiheit 2 Teil Kremmeier und M. Scheriau Verlag Fien 1986 ISBN 3-218-00442X Hört die Signale Österreich 2 Die Olive und M. Wir Mit seiner Frau Traudi Reich dó or 20 21 22 23 23 23 Vielen Dank.